Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber, mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle in meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgetruscht!